So, hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Ganschott, heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Watch Dogs. Will euch am Anfang nicht langweilen, weil ich schon wieder hier am Anfangspunkt dastehe. Und zwar wollte ich bloß mal kurz was dazu sagen, wegen der Mod, wegen der Grafikmod, also Warsmod, die ich in den letzten Let's Plays mal erwähnt habe. Die ist jetzt in die finale Version gekommen, in die 1.0 Version, die dann im Endeffekt die Grafik eigentlich schon wieder so wiederhergestellt haben soll, wie das auf der E3 2012 zu sehen war. Ihr wisst sicher noch, dass ich mich ein bisschen darüber beschwert habe, dass dieser Motion Blur Effekt, diese Verunschärfe, ja, zu nah ist, dass man nicht weit genug gucken kann. Wenn man jetzt aber mal ein bisschen drauf achtet, dann sieht man, dass die Schärfe, desto mehr man sich halt auf diesen Bereich konzentriert, wieder zunimmt. Ich meine, wenn ich mich jetzt schnell bewege oder nicht genau da hingucke, seht ihr selbst, dass rechts jetzt oben das etwas verschwimmt. Ich kann jetzt die Waffe rausholen und habe aber direkt wieder komplett volle Schärfe, sobald ich anvisiere. Das ging halt vorher bei der Mod noch nicht, das war ein bisschen störend, gerade in den Online-Games, aber naja. So, weiter zur Kampagnen-Mission. Jax ist ja weggelaufen in der letzten Folge, wie ihr mitgekriegt habt. Den wollen wir jetzt natürlich so schnell wie möglich wiederholen. Und der befindet sich hier oben. Gut, dann fahren wir da mal eben fix hin. So, da ich ja hier andauernd die Musik ausgeschaltet haben muss von Watch Dogs, war ich jetzt einfach mal so frei und habe selber etwas Musik mit eingespielt. Und werde diesmal nicht ins Wasser fallen, wie beim, ich weiß gar nicht, Walletson-Let's Play. So, jetzt fahren wir hier rüber. Brrsch, sehr schön. Kein feuchtiges Erlebnis gleich wieder am Anfang. So, ich möchte an dieser Stelle bei der Fahrt schon mal wieder gleich meinen Abonnenten danken. Für die Kritik, die ihr geäußert habt in euren privaten Nachrichten, dass ich gegebenenfalls öfter wenig rede. Ja, ich weiß, das kommt echt ab und zuvor. Mir fällt das selbst auf, wenn ich die Let's Plays dann gucke. Ja, ich fixiere mich zu sehr aufs Spiel. Das kriege ich aber alles bestimmt noch bei Zeiten hin. Und dann läuft das auch. Ich versuche auch eigentlich immer, was Sinnvolles zu erzählen, was definitiv nicht klappt. Und ich glaube, daran werde ich einfach festhalten und einfach mal wieder ein paar Autos rammen, weil ich das da schon so gut drauf habe. Ne? So, der Materialschaden in Watch Dogs, der wird der hier leider nicht bemessen. Ich glaube, der hat schon einen Highscore geknackt. Ich habe es wirklich gerne auf Tuch fühlen mit den Autos. So. Oh, da geht es. Ich bin nochmal rot gefahren. Zum Glück rennen hier nicht viele Omis mit ihren Einkaufspaketen durch die Gegend. Ähm. Äh, ja. Na gut, ich habe sie eigentlich akkurat überfahren, ne? Also dafür, dass sie es überlebt hat. Ich muss ja schon sagen, ne? Unbreakable. Wie das geht. Nicht, dass hier gleich noch Bruce Willis rausgesprungen kommt. Dann habe ich ein Problem. So, Mad Mile sind wir jetzt. Müssen wir uns, äh, schon ziemlich in der Nähe befinden. Und hoffen, dass, äh, Jax auf jeden Fall in Sicherheit ist. Beziehungsweise nicht wieder von den Leuten da ursatlich bedrängt wird. Die natürlich auch meine Schwester, beziehungsweise Aiden Peers Schwester, gefangen halten. Und da sind wir schon. Gut. So. Ja, oh. Jetzt habe ich ein paar getötet. Kollateralschäden sind halt einfach, äh, unvermeidbar. Kurzfresse halten. Akt 2. Rollenvorbild. Was zum Teufel macht Jackson hier? Das ist der Racine Van. Verdammt, er denkt, seine Mutter ist hier. Aber es gehört alles dem Mod. Nach dem Auktionsfiasko werden die Jungs schön wachsam sein. Alle Gegner töten. Das ist aber mal, äh, ein direkter Auftrag. Ähm, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt alle Gegner töten? Doofe Frage. Wenn die es schon so sagen und ich nicht mal vorsichtig vorgehen soll, dann, äh, mach ich das doch einfach mal. Jetzt ist natürlich die Frage, wie am besten, wie komm ich da am besten durch. Komplett brachial. Oh, das ist jetzt schon direkt Sperrgebiet. Das finde ich jetzt ein bisschen unpraktisch. Wir gucken uns jetzt nochmal ein bisschen um. Ist da direkt ein Feind da vorne? Ich habe keine Ahnung, ob es denn ein Feind war. Wir schauen uns erst nochmal ein bisschen um über die Kamera. Da wollen wir ein bisschen was sehen. Vielleicht können wir ja schon welche aus der Ferne ausschalten. Ja, hier, da haben wir schon wieder einen. Ja, kacke. Das war ja da. Herrlich. Und eine Kamera. Oh Gott. Ja, das wird jetzt schon wieder... Wir haben wohl nicht viel. Was wir beeinflussen können. Sprengen, sprengen. Okay, ist mir scheißegal. Wir gehen jetzt mal ein bisschen brachial hervor. Nehmen uns natürlich noch eine schöne Knifte. Und ab geht's. So, noch kurz hinter den Truck. Der gefällt mir ganz gut. Es sind aber doch ein paar mehr. Und deswegen... von wo denn? Moist du dem Piep sein? Mal. Ja, das weißt du. Ich höre dich auch. Könnt ihr sehen, von wo verfickte Scheiße nochmal der schießt? Durch die Säule da bestimmt durch. Egal. Andere Knifte. Die wollen wir nicht. Die wollen wir auch nicht. Ja, die ACR nehmen wir mal. Okay. Vielleicht können wir ja gleich so ein bisschen besser beobachten. Dass er sonst nicht machen kann. Ja, da ist er. Okay, alles klar. Wups. Ich sehe es nicht. Ah, da ist er. Er will jetzt kommen. Er wollte kommen. Ja, was machst du? Die müsste... Heiliger! Na? Das wäre ja fast schiefgegangen, oder? Da. Und er schießt wieder nicht. Das ist irgendwie noch Buggy. Anvisiert und drücke, aber er schießt nicht, soweit ich die. So. Das war's. Alle tot. Nicht alle tot. Scheiße. Scheiße, die haben jetzt natürlich wieder voll Verstärkung mitgebracht. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Scheiße, jetzt kommen noch mehr. Was hat er denn jetzt? Oh mein Gott. Wie ich die Typen hasse, ne? Uh. Das wird ein Hin und Her hier. Okay, kriege ich nicht. Oh, dich kriege ich. Beziehe doch auch mal ordentlich, so ein Typ. Und wieder. Okay, jetzt nehmen wir gleich mal eine etwas andere Knifte. So. Ist das schon wieder so'n Hardcore-Typ? Fuck, Alter. Junge, hier geht's auch ordentlich ab. Oh, schau mal, dieser Typ. Ist leer. Scheiße. Und tot. Das war ja mal nichts. Ja, jetzt kommen die wieder. Jetzt geht's hier wieder los. Ach, hier sollte ich jetzt angeblich schon drauf sein. Naja, da gut hin. Gut. So hätte das anscheinend laufen können. Laufen sollen. Ist es, aber nicht. Okay. Gut, jetzt bin ich schon hier oben. Dann machen wir das auch gleich mal richtig. Dann rennen wir mal. Ich sollte vielleicht nicht ganz unbewaffnet hier oben rennen. Die sollten mich nicht unbedingt sehen, wenn ich schon mal hier oben bin. Komme ich hier rein. Die kommen da gerade. Ja, die werden hier gleich hochkommen. Oder auch nicht. Okay. Die hängen jetzt da unten. Was ist das denn? Ich muss die eh noch alle eliminieren. Könnte ich wetten. So, jetzt funktioniert es auch. Jetzt müsste ich auch gleich durch die Tür kommen. Jetzt müsst ihr gleich durch die Tür kommen. Ähm. Hier runter wäre scheiße. Wieder die Treppen hoch. So ein Energy-Drink wäre jetzt gut beim Getränke-Automaten. Äh. Ja. Aber zu viel Koffein, ne? Dann wird man dann noch nervös hier. Auf jeden Fall, weil der Kauf von der vollautomatischen Pistol... Nicht schlecht. Da ist er ja. Oh, oh. War wohl ein bisschen hart für den Kleinen. Sollte ich? Sollte ich? So bin ich doch gar nicht. Oh, der ist kann noch ein bisschen vom Battlefield kommen, weißt du? Also, ich meine, da haben wir auch mal dauernd den Auftrag eben. Nimm du nicht so schwer hier. Der mag dich trotzdem. Siehste, schicke Kaffee fährst du auch schon wieder. Wo hast du die denn jetzt her? Typ. Naja. Es gibt viel, das ich dir gerne erklären würde. Es tut mir alles so leid, Jax. Es ist nicht einfach. Hör mir zu. Wenn ich es mit den bösen Männern aufnehme, musst du in Sicherheit sein. Das wird mir Kraft geben. Wieder Heiler? Hm? Ja, das bist du. Aber das ist nur ein Spiel. Ich warne sie. Wenn ich nicht bald von seiner Mutter höre, rufe ich die Polizei. Oh, was willst du denn jetzt zu, Grete, jo? Sieh zu, dass du in dein Lebkuchenhaus wieder zurückkommst. Du kannst ja hinseln und Gretel weiter von Naschen. Droht die hier. Am liebsten reingehen, jo. Direkt wegbomben die alle. Na gut, ja, ich kann immer so aufpassen. So. Äh, ich fahr jetzt wieder los. Ey, scheiße, Mann. Ich muss dir für deine Aktion bei den Bricks danken. Irak konnte es nicht glauben. Aber er hat es geglaubt, oder? Ja, ja, hat er. Voll stolz und so. Ich darf ihn auf keinen Fall wieder sauer machen, Mann. Verstehst du? Da ist eine Bar bei Rossi Fremont. Ich lasse etwas im Müll davor liegen. Deine Kabel. Hol sie dir. Hör mal. Du hast ihn erschreckt bei der Auktion. Jetzt kommt niemand mehr ohne Erlaubnis in die oberen Etagen. Und mich eingeschlossen. Wir sind diskret. Ach, komm, Mann. Fuck. Fuck. Hat keiner gesagt, dass es einfach werden würde. Und Madame, mit der ich gerade kürzlich einen One-Night-Stand hatte, äh, ja. Die ist für glücklich deswegen, aber ihr konntet es jetzt. Ja. Finals für mich. Und da ich auch wieder orientierungslos bin, äh, drücke ich erstmal die falsche Taste. Genau, nicht Escape, sondern M liegt ja beides nah beieinander, ne? Das ist eine E, das andere M, das ist ja, ne? Das ist ja ziemlich, da muss man hin. So. Und dann geht's mal los. Wow. Fahrkünste hoch bei. Noch kein Autogramm. Immer noch nicht. Und hier wieder nach, äh, links, ey. Verdriften finde ich den ja gut. Und das erste Auto. Leute, es tut mir so leid. Ich möchte euch einen Tag, wirklich, äh, oder einen Let's Play lang, irgendwann mal davon, äh, überzeugen, dass ich, wenn ich will, auch wirklich ordentlich fahren kann. Aber, ich, äh, ja. Ich glaube, das wird schwierig. Dafür nehme ich mir dann am besten mal komplett, äh, Game-Tag-Zeit. Um dann eine gescheite Aufnahme hinzubekommen. So, jetzt sind wir bei so einem Orts. Und fahren weiter. Lalalalalalalala. Oh, oh, oh. Puh. Könntest du mir ein paar Fehlzündungen rauslassen. Die knallen immer so schön. Aber dafür ist das Auto zu modern, würde ich sagen. Sonst muss ich mal wieder so eine alte Karre greifen. Oh, oh, oh. Nächste Kampagne. Oh, scheiße. Einmal kurz mit dem Hack. Zwei. Das waren Verbrecher. Auf jeden Fall. Okay. Ich habe das, äh, schon vorher recherchiert. Ähm. Ja. Ihr könnt mir das jetzt vielleicht nicht glauben, aber es ist, ist nicht so. Hi, Leute. Ähm, ich gehe hier einfach mal rein. Ich muss hier mal kurz was prüfen. Was mache ich jetzt? Ach, der Mülleimer. Ein Bug fernsteuern. Hip-Hop. Steh rein. Ich setze eine ganze Menge auf Spiel. Wer weiß, ob er dem Job gewachsen ist. Er ist der leichteste Weg rein. Ich hoffe, das bringt ihn nicht um. Oh, du bist ja weichherzig heute. Gehen Sie in Position und kontaktieren Sie BadBug. Gut, meine Position, äh, dafür besorge ich mir jetzt wieder. Gut. Habe ich noch mein Auto hier irgendwo stehen? Oh, ja. Ey, das ist mein Flitzer. Das ist, äh, ne? Dieses Klicken ist übrigens die Handbremse. So, gleich sind wir da. Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir das schaffen. Ich könnte wetten, ich stelle mich wieder viel zu dämlich an. Aber ihr werdet wahrscheinlich wieder was haben, wo ihr euch dann in den Kopf fassen könnt. Hallo, hast du was für mich? Was hast du? Machen wir doch. So, und wie viel? 1480. Hier geht doch. Ich brauche halt Musikwohle. Erreichen. Äh, scheiße, jetzt geht der Kram wieder los. Von wo aus kommen wir denn hier am besten rein? Hier rüber, aber. Habe ich verstanden. Ich suche keinen Ärger, ich meine, ich renne hier nur noch rum. Oh. Warte mal, ich muss hier irgendwie rüberkommen. Halt, halt. Kohle, Kohle. Ich rieche Geld, ich rieche Geld. Danke. Hast du das gesehen? Hm? Espanol, eh? So, hier sind viele Dixies. Irgendwie nichts, was mich jetzt hier weiterbringt, um da reinzutachen. Das ist ein Gabelstapler. Sehr geil. Wollen wir das doch gleich mal ausnutzen, nicht wahr? Gut. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt wirklich viel weitergekommen sind. Okay, warte mal. Hier ist... ...steht einer direkt um die Ecke. Was ist denn du? Scheiße. Das Ding muss ich erreichen. Kann ich den hier nicht sicher irgendwie mal ausschalten schon? Der guckt hier die ganze Zeit zu mir, der Spacken da hinten. Das ist doch scheiße. Oh. Schön. Wo rennst du jetzt hin? Ob ich das so schaffe, jetzt rüber zu rennen? Jo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Okay. Und die Geheimaktion hat sich mal wieder als Kacke mit Arsch entpuppt. Keinen Zeugen am Leben lassen. Jetzt muss ich wieder alle killen. Gerade hatten wir noch ein schönes Gespräch mit... Jax. Ja, dann nenn mich doch nicht Hurensohn. Sind alle tot. Schon sind wir da. Habt ihr gesehen, wie gekonnt das ist? Ja. Äh, war. Wo bist du? Nah genug. Los. Mein Finger liegt auf der Play-Taste. Für den Fall, dass du mich verarschst. Auf der Play-Taste? Nach so wegen dem Abspieldingen. So meine Freunde, bevor ich jetzt einen Nervenzusammenbruch kriege, mach ich mir kurz eine Zigarette an. Wenn, wenn die mich schnappen. Er traut dir. Das hast du gesagt. Was ist auf Iraks Etage? Ich weiß es nicht, Mann. Zimmer. Es gibt ein Zimmer, in das Irak niemanden reinlässt. Heute gehst du da rein. Keine Chance. Geht nicht. Hör mal. Das ist so eine Art Sicherheitstür. Kein Problem. Bring dein Handy in die Nähe. Du gehst in das Zimmer. Ich bin kein Spitzel. Ich rede nicht mit Bull. Gut. Ich bin kein Buller. Ich hab so Schiss. Gehen sie in Positionenkontakt, wenn wir... Oh, jetzt muss ich den wieder... Ich passe auf dich auf. Oh, okay. Okay. Ja, na herrlich. Was soll der Scheiß denn? Hm. Du glotzt jetzt hier. Was machst du da, Typ? Gehst du wieder zurück? Bad Bug muss ich nämlich, glaube ich, hierher bewegen. Hier soll ich überhaupt erst mal hinkommen. Okay, warte, 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 warte. Geh gleich los, geh gleich los. Wenn der hier in der Ecke ist wieder. Hä? Jetzt dreht er sich wieder um. Mann, dann nimm doch den Scheiß aus dem Schrank raus, wenn du da was haben willst. Ist das denn zu fassen? Warte, Ehefrau ist in der 32. Schwangerschaftswoche. In der... Jetzt müsste man wieder Wochen rechnen können. Acht. Acht Monat? Viermal acht. Dreimal acht. Ich hab keine Ahnung. So, er ist hier. Bad Bug. Okay, jetzt. Los, los. Ich sollte nicht hier sein. Bewego. Alles klar. Jetzt. Los. Los, schnell. Ich geh schon. Och, komm, scheiße. Ich sag's ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Ruhig. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. 19? Du bist ja ein Kind. Grandma sagt, dass ich immer groß, wenn mein Alter war. Breit trifft's auch. So. Bad Bug. Ähm. Wir wollen nur mal kurz gucken, wie wir dich hier weiterführen können. Und wie viele Wachen wir hier haben. Okay. Okay, los. Das ist irre. Natürlich ist es irre. Wie soll ich den denn jetzt hier? Den dicken Klops? Ich will das nicht tun. Ja, ich weiß. Hör auf rumzuhallen. Ich kann da noch nicht mal... Du isch. Nichts dran ändern. Ähm. Wenn ich dich hier hinhau... Okay. Hey. Fuck, Mann. Fuck. Okay, pass auf. Das lief doch schon mal gar nicht schlecht. Jetzt haben wir da noch einen Knallkörper. Und hier drüben. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Da ist ein Typ. Das ist es nicht wert. Jo, besorg mir das Video von... Jemand, der es gut versteckt, finde es. Denn man kann... Dann kann ich Quinn und seine Ficker versenken. Verarsche mich. Und du bist Kacke mit Arsch. Okay, pass auf. Fuck, Mann. Fuck. Ach so, ich kann den anlocken, um da hinzukommen. Okay, das ist natürlich praktisch. Sehr geil. Das hat geklappt. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Ist meine Familie. Naja, dachte ich. Leck mich doch. Ist nicht mein Problem. Hast du Familie? Ja. Kinder? Na, du? Wahrscheinlich. Scheiße, Mann. Bring mich nicht zum Lachen. Ja. Könnte schlecht enden. So. Vorwärts. Ja, ja. Ich sollte nicht hier sein. Jetzt. Los. So. So, warte mal. Jetzt brüch die Kameras. Puh. Ah, er guckt hier gegen die Wand, oder was? Okay, 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 okay. Fensterläden. Ich kann die runter machen? Okay, da sieht er nichts. Der drückt jetzt drauf, und dann gehen die wieder hoch. Das heißt, ich muss im passenden Moment die Fensterläden runter machen. Damit er da in Ruhe langrennen kann. Oder ist er einfach zu blöd und lässt sie unten? Dauernd was kaputt. Ist ja nichts Neues. Das ist irre. Ja, okay, warte mal. Ich hab jetzt eh grad ein Problem. Ich hab, glaube ich, die Fensterläden ein bisschen zu früh runter gemacht. Ja, hier muss ich nämlich hin. Okay, nochmal zu. Ja, jetzt bleibt... Unruh! Ich hab hier selber genug zu tun gerade. Ich will auch gar keinen anlocken. Ich will die Kamera haben. Fuck, man. Fuck! Fuck, was geht denn hier ab? Ich sollte nicht hier sein. Warum repariert das keiner? Okay, warte mal. Ich lock ihn jetzt hier an. Das ist es nicht wert. Verfickt nochmal. Los, los. Ich geh schon. Kopf runter. Ja, genau, du Dreckskiste. Mach nur weiter so. Du gehst vor mir kaputt. Ja, ja. Das ist es nicht wert. Ich bin nicht vom TÜV. Ist mir doch egal. Wer macht das nicht bescheuert? Okay, jetzt. Los, los. Ich will das nicht tun. Los, schnell. Puh. Okay, geschafft, geschafft. Heftige Schlösser, Mann. Nein, der Friss. Geh nur nah genug ran. Du, Irak, an der Rhein, Mann. Warte, Sekunde. Ich brauch kurz deine Kamera. Na, jetzt geht's ab. Das hat doch mal geklappt. Der Computer ist da. Also, warum macht das, Mann? Das ist nicht deine Welt. Das ist kompliziert. Jetzt rennt der. Wir haben viel Zeit. Irak war an etwas beteiligt, das meine Familie angeht. Ich will antworten. Ist gar nicht kompliziert. Dann regeln sie den Serverraum für Bad Bug. Ja. Achso, jetzt darf ich wieder auf die herkömmlichen Kameras zugreifen. Das machen wir doch mal. Ähm, ja. Das ist ja natürlich nichts einfacher als das. Hacken. Ich will jetzt hacken. Wo muss ich jetzt hier... Oh Gott. Wie ich das mag. Okay, kann ich die schon mal vorbereiten? So. Oh, meine Fresse. Okay, warte, 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 warte. Ich könnte hin und hin und hin und hin. Nein! Ja, Netzwerksektor zurücksetzt. Was mache ich denn jetzt hier? Okay, den haben wir, den, den, den so hin, den andersrum hin, den so hin, offen. Den so hin, offen. Komm schon, ich kann hier nicht bleiben. Oh. Ach, warte mal. Das war so nicht vorgesehen. Ich sag's dir, Mann. Ich sag dir doch, keiner aus Irak. Oh. Keiner aus Irak. Ja, was. Wenn ich das jetzt so mache, das so, könnte er erst mal die eine Seite machen. Krieg ich das auf? Das muss jetzt natürlich von drei Seiten Energie kriegen. Sonst kriegt's gar keine. Zwei Seiten. Okay, ich kann erst mal so. So, brauche ich Energie. Okay, so, dann kann ich das hier noch mal umschalten. Jetzt kommt da Energie rein. Hier rein auch. Das Ding offen. Das Ding offen. Jetzt kriegt der da oben. Boah, fick dich doch ins Knie, ey. Jetzt muss ich den erst mal aufmachen. So. Ich sag ziemlich oft so, es tut mir furchtbar leid, aber so krieg ich den ganzen Scheiß hin. Wo wir wieder bei so wären. Was ist jetzt, ist aber alles offen? Nein. Aber jetzt kann ich den hier machen. Und jetzt fehlt die Energie da drüben. Aber die kann ich so hochschalten. Ah, bin ich drin. Gehen sie rein. Kommst du auch hierher, mein Freund? Ja. Scheiße, kalt, Mann. Ja, um die Server zu kühlen. Junge, das ist echt mal krasse Hardware. Hm. Da, geh da hin. Shit. Was? Beweg dich nicht. Nein, 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 nein. Warte, das ist nicht genug. Geh zurück. Scheiße. Was jetzt? Bad, was soll der Scheiß? Ist nicht so, wie es aussieht. Oh nein. Und das sieht schnell aus. Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus. Mami, kommst du überhaupt hier rein? Warte mal. Ich liebe dich, Mann, das weiß... Wer hat dich gekauft? Queen? Nein, nein, warte. Lüge dich nicht an. Lüge mir bloß nicht ins Gesicht. Das dafür, dass ich dich reingeholt habe. Ach, du Scheiße. Du weißt, ich war's nicht. Er hat mich gezwungen. Es ist... Fick nochmal. Er ist ganz nah. Du bist da runter, krass. Du bist da runter. Geht da runter. Fündet den Pisser. Oh, scheiße. Entringeln Sie den Sauerraum. Entkommen Sie den Weißweiß. Bad Bug. Was ist denn passiert? War doch alles richtig? Aber wir finden Krabzon. Wo bist du hin, du Sprecher? Hat er seinen Cousin getötet? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe nicht viel bekommen. Hoffen wir, es reicht. Scheiße, ich komme hier nicht durch. Fuck! Wo komme ich hier am besten raus? Okay, hier hinten durch die Engpassage. Ich muss hier weg, Junge. Ich muss hier weg. Kann ich. Kann ich. Da hinten sind nämlich Autos. Autos. Ist auch ein Schnelles dabei? Ist auch ein Schnelles dabei, habe ich gefragt. Oh, scheiß drauf. Perfekt. Pass mal auf, den Wichser ramm ich hart. Den Wichser ramm ich hart. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich hör dich gleich. Pass mal gut auf. So etwa. Gut, einen habe ich neutralisiert. Bam. Du warst ein Zivilist. Wir brauchen schon. Oh, fuck. Immer, wo ich langfahre, war ich falsch, glaube ich. Oh, meine Frösse rammt. Heilige Scheiße. Wuhu. Geht ab, Junge. Und da geht es nicht weiter. Durch den Baum auch nicht. Aber hier durch. Sein ramm ich. Aber lass mich auch noch spielen. Wie jetzt langsam vor sich her blubbert die Scheißkarre hier. Hm? Die Karre haben sie auch zehnmal gekauft, ne? Das Bannern. So. Geht doch. Geht doch. Jawoll. Jetzt haue ich die hier weg. Drei Fahrzeuge neutralisiert. Jeder. Jeder. Gut. Geschafft. Puh. Juhu. Frag mir, du hast. Bad Riesle. Es war nur ein partieller Download. Aber ich habe etwas. Sieht aus, als wäre der Computer voller Material über... ...einfach jeden. Hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape. Bloom CEO Bestechung. CTO-S-Verstöße. Iraq sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass die Kops Abstand halten. Er hatte wohl ein Gespräch mit dem Polizeichef. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Noch nicht. Ich versuch's. Gibt es einen Ordner zum Merlot? Merlot. Ja, das ist er. Gut. Ich bin weiter. Puh. Mission beendet. Aber... ...irgendwie nicht so schön, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Und das Telefon bimmelt natürlich auch gleich wieder. Hey. Hey. Geht das Ding noch? Bad Buck, du lebst. Du musst da sofort raus. Ich bin draußen. Ich dachte nur, ich könnte... ...dir mit den Antworten helfen. Du weißt. Wegen deiner Familie. Dieses Video, das wir gesehen haben. Iraq hat mich danach gefragt. Wollte wissen, was ich weiß. Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber... ...sie ist in dem Video. Iraq sagt, sie ist tot. Okay, danke. Das könnte helfen. Ja. Ja, du und ich... ...sind wir quitt? Wir sind quitt. Gut gemacht, Bad Buck. Hui. Na gut. Haben wir das. Schnelle Karre. Schäke Karre. Geschafft. Und wieder ein Telefonanruf. Leute, jetzt geht's... Ich hab für Aufruhr in Rossi Fremont gesorgt. Jetzt gib mir was Gutes. Iraq hat eine Menge Schmutz gesammelt. Sein Computer ist voll davon. Von Politikern bis hin zu CTOS-Managern. Das Merlot ist auch dabei. Ich wusste es. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist verschlüsselt. Ich habe keinen Zugang, aber dieses Video aus dem Merlot? Der Name der Frau ist Rose Washington. Rose Washington. Ich kenne den Namen. War sie nicht beim CTOS? Aiden. Das ist die Goldada. Ich hab deine IP verfolgt. Jetzt gib mir meine Schwester. Aber es fängt gerade erst an. Für irgendjemandem ist das Video wichtig. Wichtig genug, um mich einzugreifen und auch deine Nichte. Vorsicht, Damien. Na komm, ich weiß, dass du das genau wie ich zum Ende bringen willst. Das war nicht der Deal. Oh, aber doch. Du sagst, es ist verschlüsselt? Dann bist du noch nicht fertig. Nein, das wirst du nicht tun. Ich kann tun, was ich will. Hey, ich bin's. Nikki, wie geht's dir? Ich bin müde. Sie kümmern sich um mich, aber komm und hol mich, bitte. Okay, da sind noch andere bei dir. Ja, das ist gut. Sei auf alles gefasst. Ich werde bald kommen. Ich muss Jack sehen. Wie geht es ihm? Er ist ein tapferer Junge. Er kommt nach seiner Mutter. Aber er ist genauso stur wie sein Onkel. Ja, das ist er wohl. Er akzeptiert nicht einfach anleinen. Zeit um. Ta-ta. Na, herrlich. Damit hätte ich bei Damien rechnen müssen. Er kriegt den Holz nicht voll. Er will immer noch mehr. Okay. Eins nach dem anderen. Ich brauche den Rest von Irax Material. Dann habe ich den Hebel. Und dann kümmere ich mich um Damien. Junge, du führst mehr Selbstgespräche als ich in Let's Plays. Vielleicht könnte ich ja von dir noch was lernen. So, so, so. Also wissen wir jetzt, was wir als nächstes zu tun haben. Gut. Für diese Folge war es das auf jeden Fall. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Wenn es heißt, Gunshot überfährt wieder Menschen. Bis dahin. Bündchen, Jürgen, Wax. Bündchen, Jürgen, Wax.